hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft monsters und es wird nacht also ab ins bettchen so ich habe nach der letzten folge die für mich finde ich etwas enttäuschend war die shader wieder rausgeworfen eigentlich sind alle meine folgen enttäuschend finde ich nämlich schon länger gut der weiß dass du kommst weg rein mit ihren müssen wir noch ein bisschen was holen zwei drei vier fünf mal habe ich gerade ein fahrs brauchen wir noch ganz wichtig quats ist wichtig entschuldigung ich habe gerade so eine trockene kehle und ich weiß nicht warum das ist ziemlich scheiße so wir wollten einen gewissen brewing stand bauen 1 2 3 um unseren wie soll ich nennen unseren unsere riesen fackel sozusagen zu bauen und dafür bräuchten wir ein paar potions und ich weiß gar nicht mehr genau wie man die potions macht genau let's do this also wir brauchen drei diamanten wir brauchen wir brauchen awkward potion ach wir brauchen netherwarzen glasbottel und wasser ja gut das kriegen wir hin aber die netherwarzen sind das problem daran habe ich gar nicht mehr gedacht und gerade wird es wieder richtig schön laut na stelle ich mal ein bisschen runter und einmal kurz aufladen das macht das ding das ist ziemlich schnell aber wir haben nicht genug so oh für sowas das ist ein Problem wir haben noch eine memory die würde ich gerne zu vererzt machen denn das haben wir so gut wie gar nicht normalerweise habe ich gerade kein kupfer erst hier habe ich auch nichts wir könnten auch nether kupfer nehmen wenn wir welchen finden gleich das wäre gar nicht mal so schlecht aber jetzt geht es erstmal in den nether und hier und ab in den nether holen wir uns mal netherwarzen Warzen. Und? Hä? Habe ich ein neues Schwert bekommen? Nein, das sieht nur anders aus. Gut. Wo war denn die Festung? Da hinten war die Festung. Ja, dann laufen wir mal zu der Festung hin. Oder wir schweben, eher gesagt, da hin. Uah! Oh. Das sind heftige Creeper hier. Die mögen überhaupt keinen. Da ist noch zwei. Kein guter Anfang. Ich bräuchte allerdings Kuffer. Also das wäre so super toll, denn dann haben wir zumindest dann können wir uns welches craften. Müssen nicht immer auf Suche gehen mit unserem Replicator. Die Frage ist, ob das rentabel ist. dann brauchen wir bestimmt auch Uran dafür und so. Oh. Keine Effekte abbekommen. Also ein Zinn können wir auf jeden Fall mitnehmen. Da, denn jetzt haben wir schon den Effekt abbekommen. Das ist zum Glück kein schlimmer. Aber die Effekte drehen sich dummerweise im Nether um. Und das ist nicht allzu gut. Da bekommt man zum Beispiel kein Ups der mich wo durchgeflogen. Da bekommt man zum Beispiel Wuhu Kupfer kein Regeneration Sondern Sondern zum Beispiel Hunger oder sowas. Das ist natürlich nicht das Höchste der Gefühle. So, wir suchen jetzt Netherwarzen. Die wahrscheinlich irgendwo hier unten liegen. Nein, hier geht's nicht weiter. Gut. Hier geht's auch nicht weiter. Ich hab hier irgendwie ein bisschen Angst. Aber es ist nichts gegen Metro. Hier ist ja gar keiner. Eine Kiste. Eine Kiste. Erstmal um die Ecke gucken. Ja, stimmt. Hier gibt es ja Pferde. Wir haben mal eine Idee Pferde zu suchen. Verdammt. Wieso ist hier keiner? Das kann doch nicht sein. Aber da wird mir angezeigt, dass Mobs hier in der Nähe sind. Ja, sogar Schwarze. Nicht gut. Hier sind doch alle. So. Weg hier. Ich habe keinen Bock auf die eindeutig No, Sir. Ab nach Hause. Ich brauche noch ein bisschen davon. Scheinlich noch ein bisschen mehr. um meine um meine ähm ähm um meine verdammt um meine Netherwarzen anzubauen. Aber das war's dann auch schon. Ja, ich muss sagen im Gegensatz zum normalen Minecraft finde ich hier den Nether deutlich attraktiver. Also hier gibt es so viel Zeug vor allem den ähm dass bei Redstone mal eben so 32 Stück rauskommt oder sowas. Finde ich sehr viel naja in manchen Fällen ist es ähm unnötig aber bei den meisten Sachen ist es viel besser als das normale finde ich. So raus mit hier raus gehen hier weiter so wir haben unsere Netherwarzen gibt auch ein Glas wir haben sogar zwei Diamanten ach jetzt weiß ich warum das so bescheuert ist ich hab glaube haben ich